3, 2, 1, und go! Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Slebi und wir befinden uns hier in Miscreated. Und wir sind nicht alleine, mit uns zusammen ist hier der Metzplay, der steht hier linker Seite, hier sieht man, hallo Metzplay, und noch Balthasar und Pyromane. Und wir haben vor, mit Autos von diesem Berghügel dort zu springen. Doch seht jetzt selbst, wir müssen nur gerade vorher nochmal mit einem Kanister üben. Ich jag jetzt mal einen hoch. Schaut mal alle hoch zur Klippe dann. Jo, Klippe! Also Testkanister, fliegt. Jo, ohne lag. Weil es ja oft so, dass es auf dem ganzen Server lag, egal wo man ist. Klappe Fiction. 3, 2, 1, und go! Was war das denn? Auf der Klippe stehen geblieben. Ja. Und die hinteren Reifen sind kaputt. Und du legst? Hm. Ja, ich lebe noch. Ne, Sprengkraft. Wie viel hat das Auto? 70%. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, vielleicht ein... Im Sedan liegen Reifen. Im Sedan liegen Reifen. Vielleicht ein Kanister und später erst in die Luft springen. Slebi, warum lachst du so? Nein, nur so. Ich vermute aber jetzt fast, dass damals, als wir den... Soll ich mal so runterspringen? Ja! Ja! Ja, bitte, bitte, tot, tot! Mach das wisch! Mach mal nie! Im Sedan. Im Sedan. Wow! So! Der war schön! Drei, zwei, eins, und go. Was war jetzt dahinter? Also ich hab dich nicht erwischt damit. Nein, nein. Ich denke, das war schon krass. Das sah cool aus, also. Auf jeden Fall. Was sagst du, Baby? Fand ich unheimlich schön. Besonders mit der Explosion am Ende noch so. Als Düsenantrieb, würde ich sagen. Ich stell mich mal hier hin. Bist du Lebensmittel oder was? Ja. Weil sie gerade runtergefahren gekommen. Echt? Ja. Ich wollte mich am Anfang dahin stellen. Okay, mach nur ruhig. Wie gesagt, hast du viel dabei zum Looten oder? Ach, da kriegen wir schon hin. Ja, warte. Ja, warte. Gut. Das geht schon. Das passt. Ja. Drei, zwei, eins, und go. Hammeraufnahme. Hammeraufnahme. Ja. Hammeraufnahme. Er steht. Oh. Applaus. 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 Unfertiert. 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 Das nächste Mal machen wir das noch mit Flare Traps. Oh. Oh, ja. Ja. Ich werde aber trotzdem noch dafür ein paar Kanister zusuchen. Wollt ihr jetzt nochmal springen? Weil dann wird's nochmal von oben holen. Ja. Können wir noch machen. Ja, ein Kanister, wie nach da. Dann noch hinten dran, hinter dem Polizeifahrer mit deinem Behinden. Nee, ein Fahrrad, wo klingelt, damit er überholen kann. Ja. Ja. So, ich schwere dann soweit. Jo, ich auch. Drei, zwei, eins, und go. Na, das war jetzt deutlich später, hab ich's leider drauf geschossen. Na, aber das war's mit dem Kanistern bei mir erstmal. Hammergut. Jetzt bin ich gespannt auf deine Aufnahmen. Ja, ich auch. Das ist jetzt noch von da oben. Könnt ihr, könnt ihr mal grad alle in die Richtung hier gucken, wo ich stehe. Da, wo ihr jetzt steht, einfach nach oben gucken. Achso, das ist so eine alte... Das ist freundlich oder langweil? Und dann grad bitte einmal diesen nicht, sondern grad einmal F7. Das geht schlecht, Moment, Moment. Okay, dankeschön. Moment, wartet. Nochmal hoch. Danke. Screen schon. Danke. Und für die Aufnahme halt. So, jetzt dürfte ich. Wie gesagt, ich muss das mit zwei Tassaturen machen. Okay. Schön. Nee, du siehst aber auch cool aus. Das ist meine Frau. Sieht trotzdem cool aus, ne? Wobei ich ihn jetzt gerade steuern, ne? Ja, ja, schon okay. Schon okay, schon okay. Ist mein grüner Zidane drauf? Beim Foto? Was? Wie? Was? Ist mein grüner Zidane drauf beim Foto? Ja. Geil. Die ist perfekt, die Foto. Super. Kein besseres Foto. Du kannst es jemals machen. Toll, danke voll. Das stimmt nicht mehr. Ich meine, ich verstecke mich hier vor der Polente. Entschuldige. Entschuldige. Ey, dumme Kuh, rennst du einfach in mein Auto rein? Dumme Kuh. Geil. Oh, schön. Ich weiß, wie man schon setzt das vor. Du bist da. Als dumme Kuh wird sein. Das ist süß. Du nimmst alles auf, ne? Ach so. Stopp. Moment. Das ist so. �� smart. Ach so. Es warg. B input. Wernste. Ach so.